so so okay wir sind hier wieder an der verzweigung oder abzweigen oder keine ahnung ich gehe mal hier nach rechts das kohle das heißt hier war ich noch nicht weil diesmal baue ich alles bis aufs letzte da hab weil kohle ist auch gut weil damals habe ich die kohle hier liegen gelassen weil ich hatte einfach keine metabler zu kohle und ich hatte schon ein kohle block voll also kohle steak block voll und deswegen hatte ich einfach keinen platz mehr kohle und deswegen bin ich einfach weiter gerannt und habe die kohle liegen gelassen für später ohne sie abzubauen und jetzt ist die zeit gekommen wo ich sie dann auch nicht abbaue und sammle wieder einen kohle steak block keine ahnung ja und dann wenn ich wieder ein kohle block steckt so sagt man es ja aber dann höre ich wieder auf zu sammeln so ah man meine hand juckt meine güte und dann geht es weiter ja kein fallschaden mit den super mega boots oh das noch mal kohle zack und zack dann geht es weiter wo müssen muss aufpassen muss nicht lauer fallen welche blubbt und blubbert und keine ahnung was alles und das ist alles sehr gefährlich ich weiß jetzt hier bin ich sehe Kohle oh ne, keine Ressourcen, nein, nein, nein hier ist aber ein bisschen Kohle ich weiß echt gar nicht wo ich bin, ich erinnere mich an gar nichts Null hier hast du gehört ein Enderman oder so also Endermans brauchen denke ich sehr viel Blockhöhe um zu spawnen, das heißt irgendwo ist eine rechte Höhle und dann Höhlen sind eigentlich Endermans eine Seltenheit, auch im normalen Biom, also normal draußen ja, wir sind ja im normalen Biom bestimmt, also nur unter der Erde sind also an der Oberfläche sind Endermans aber auch recht selten ja puh das heißt, hier muss eine gute Höhle sein, eventuell wieder mit jemandem tsching, außer falls ich das schon war und jemanden schon abgesagt habe weil ich denke langsam, dass ich weiß, wo ich gerade bin ja wo ich dich jemanden abgesagt habe letztens ja, 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 ja muss ich mal gleich abchecken, wo ich denn jetzt hier gerade bin oh, wer war denn hier gerade? manne meine hand juckt das geht auf den sack dass sie es ganz schlimm ist immer ganz toll was 30 das ist echt bombe so geht es nach oben und nach links ich denke von links komme ich auch das denke ich hier habe ich jemanden herbekommen das heißt es geht nach links es geht es geht hoch muss jetzt zurück in die haupt connection connection und von dort aus kann man dann weiter sich fortbewegen und die restlichen ressourcen sammeln die ich hier liegen gelassen habe oder überziehen habe aber das problem ist allerdings die dichte die dichte die dichte dinge komische also nicht kommen er so oder weiß gerade die diamantos herbekommen das geht jetzt noch mal nach links hierhin schon wie war ich denn hier schon mal ja da ist die mine doch hier war schon ja wieder zu bei der mine so ok ich mal runter nein nix 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 da unten keine ahnung kein bock drauf geht es hier weiter wieder in der höhlenkonnexion oder mine connection mein bausch mal das ja hier war ich auch schon hier habe ich schon mal die gleisen abgebaut musst du eine weitere connection nach rechts muss man ok ich weiß langsam wo ich mich gerade befinde ja ich weiß ja ich weiß hundertprozentig wo ich mich befinde das heißt es geht gleich in eine weitere connection ich hoffe doch dass dort eine weitere höhlenkonnexion ist ich denke schon dass es dort eine weitere höhlenkonnexion gibt und dort könnten noch weitere diamanten sein ja 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 leute diamanten aber eigentlich bin ich ja fürs eisen da und ich kann ich habe keine fackeln ich höre jemanden ein skelett wo ist es monster kommen stop stop mein gott gott stöcke coole so was kann ich rauswerfen ich brauche nochmal nein 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 so muss ich was rauswerfen zack kommt der eine blog kann füllen gehen so sieht nach links da woher kommen die monster bitte ich komme ich warte mal kurz kurz mein gottes echt wieder heiß stirb stirb und man muss immer schön viel trinken wenn es war mal kurz passiert ja 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 hab ich cool gesehen das war überhaupt nicht komisch ich mich aha interess ding aha da sehe ich cool jetzt weiter ich habe gehört da kommt er doch stell dich deinem feind ich höre noch eine spinne schon noch mehr zombies von dort das heißt gleich geht es dorthin zu den zombies zu den geräuschen nach zombies und erst mal hier ein bisschen eisen abbauen zack und zack reisen zack zack ich gehe mal erstmal hier hoch ob noch mehr eisen oder ich nach oben gegangen bin mein gott zombie besuchen wird er hört sich irgendwie so ein slime an zombie da kommt nicht das blöd ha ha blöde zombie ich muss wieder was trinken wir haben deshalb bei uns noch mal was kurz getrunken ach so mein gott gesuppt und sap und sap und sap das ja auch noch mal klatsch klatsch okay das war's jetzt mal hier hoch das ist ein zombie oder ein creeper meine ich geh weg geh bloß weg mit dem neuen diamantschwert beziehungsweise ja okay neu sagen wir neu ist ganz angenehm mit hochgeschossen zu geben und dabei zu klatschen oh mein gott weiter so mein gott das geht noch weiter wie viel noch sagt mir dann geht es nach oben ich gehe mal kurz nach oben so hoch okay ist gar nicht das gut da muss man nicht weiter hoch gehen hier aber eisen so ist fein hier ist nichts mehr da gehe ich mal weiter runter kohle habe ich eigentlich schon genug für ein paar kohle blöcke eindeutig so so noch mal so schon jede menge mein gott bald habe ich schon ein stack voll war schon mehr als hälfte das ist natürlich geil das ist natürlich geil bei ein stack kohle blöcke ist schon eine menge ist schon richtig eine menge jaja muss ich echt sagen scheinbar ich hier schon oder so nur zu halb lege ich mir hier hoch eisen ok das ist fein weiß gar nicht wie ich schon habe ich denke man nicht einmal ein stack voll oder doch ein stack schon voll fast im zweiten wow das ist natürlich fangen also so acht stecke werden schon ganz angenehm hier an eisen dann könnte ich auch eventuell das nächste gehege bauen aus an er also erst mal baue ich die u-bahn und danach baue ich vielleicht das nächste gehege für ja das nächste gehege mit trichtern weil das kostet ja übelst viel mein gott da muss man hoch ja habe ich so gebaut übelst viel eisen finde ich also die ganzen trichter das kostet übelst viel so ich komme ich mal hier durch da ist ein zombie also ich war hier schon aber nur so halb da war ich weil ich hier weiß ich nicht kommt mir echt nicht so vor kommt mir so vor als ob ich einfach so zwei fackeln stehen ja kommt mir echt so vor mal das abbauen mal kurz nach unten ah skelette 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 man blödskelett stirbt so eisen schnell hier abkassiert ok es geht doch nicht so ich schuhe einzelne slimes sind ganz schön also slime bälle sind echt eigentlich recht selten ah wow zwei slime bälle nicht schlecht nicht echt nicht schlecht die fäden raus den faden und sammeln jetzt noch mal das eisen weil wie schon gesagt habe aus schleim bällen kann man die ah wie heißen diese also seichens für die pferde machen wie heißen die dinge auch keine ahnung und nur aus den den schleim bällen das finde ich echt komisch und schleim bälle sind eigentlich recht selten okay das ist voll ich hoffe ich habe da keine eisen liegen lassen überhaupt keins das heißt das deck ist gerade voll geworden kommt jetzt auch kein flöten gehen ich gehe jetzt mal hunden ich denke unten ist auch ende ja das ende ich gehe jetzt mal hier nach unten ein beende hier den weg dann gehe ich wieder hoch so okay dann brauche ich mal das redstone hier ab hier ist anscheinend nur redstone echt schade und wisst ihr was die die eisernis bis hacke gehen echt leer blöd und mehr ist nämlich auch nicht als echt scheiße ich muss wieder eisen wieder ich muss euch eisen braten so was ist nie hier war ich anscheinend schon weil ich mich da hoch gebaut habe hier war ich echt schon ich weiß wo ich bin ich bin in der haupt connection angekommen ich bin in der haupt connection angekommen okay ich weiß wo ich mich gerade befinde da geht es auch noch mal rüber zum b in die laube mit ihr eines tod andere kommt gleich zu sterben du kommst das ist aber nicht sehr fein mit dem kleuch ich verpugel sich mit dem knochen hallo zum b stop so geht es weiter ja ich kann facken darüber bauen boom schade doch der lässt sich dann das war das waren die ressourcen die grad xp fallen gelassen haben vielleicht war da auch ein diamant dabei das wäre blöd wenn er gerade einen diamanten oder so explodiert hat ich denke aber nicht mein gott ich habe echt nicht gedacht dass es hier so viele monster wimmeln man auf die andere seite rüber geworfen das skelett ja lass mich mal ruhe ich habe jetzt keinen bock auf dich echt keinen bock so hier ist ein bisschen kohle ich muss eisen braten weil ich habe kein eisen ja muss eisen gebraten werden das heißt ich mache jetzt einen ofen nein dafür brauche ich ein kraften table zack klatsch das da so hin mache das so rein und brate einfach mal das solange kann ich ja hier so drumherum ein bisschen abbauen ein bisschen kohle ein bisschen eisen was weiß ich was alles so lange sich das da anrufen brate da alles ja so lange noch die spitze hält natürlich danach müsste ich mir einen neuen kraften ich hoffe doch das dauert nicht lange das alles zu braten nein die spitze hält nicht mehr lange echt das echt blöd so ein spitzhacke ist weg so ich hoffe ich das sind schon drei eisen ja super genau ich habe noch ein bisschen eisen gehabt aber nicht immer so viel ohne ich mache ich mache lieber nicht so viel keine metabler als ich habe noch als holz und so ein trotzdem brate ich mal hier ein bisschen eisen weil die sind auch nicht aber am besten nicht so viel weil sonst habe ich keine metabler gleich ich weiß gar nicht ich weiß es echt gar nicht ich habe ein bisschen viel oder ein bisschen weniger braten aber ich verbrauche die spitzhacken gar nicht so schnell weil ich brauche da gerade 64 eisen und ich hatte denke ich noch sechs eisen im inventar das heißt zwar noch 22 spitzhacken ich denke ich brauche ein bisschen eisen aber nicht viel kurz dass wir jetzt gut zu tun dann baue ich mal hier noch ein bisschen ab hier gibt es aber ohne ende ressourcen ich hier gesehen habe sack da ist nur mehr eisen ganz übersehen das sind wertvolle eisen ich denke die monster mich auch abgelenkt deswegen so wie es noch ein bisschen coole da ist nee da war kein eisen mehr ich habe gedacht da ist nur mehr eisen aber nein jemand nähert sich uuuh lapsasuni uuuh ach ach jetzt habe ich hier liegen gelassen ach da wollte ich abbauen später aber habe ich hier ganz vergessen da ist nur mehr eisen ja auch noch ganz vergessen so kann eigentlich ein enderman einen ofen aufsammeln das wäre sehr interessant und eventuell wenn er den ofen einsammelt und da sich gerade was brät dann oder wo ist er und die sachen da drin sind woher kommst du mein gott okay und eventuell wenn die sachen drin sind dann verschwinden sie das wäre echt blöd ja komm so das reicht auch das reicht auch echt nein den ofen lass ich mal hier liegen ich kann mir jederzeit einen neuen kraften der kostet eh nix das ist echt blöd so nein so so dann geht es weiter ja hier ist denke ich gar nichts mehr nicht gehen erst mal da ich hatte eisen gesehen ich weiß aber ich gehe es mal hier lang hier ist aber noch mehr eisen ja 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 hier kommt noch sicherer runter denke ich mal hier bin ich in die mine reingegangen ja 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 erinnere mich erinnere ich mich auch noch so vage uah wieder ein zombie mann woher kommt ja alle macht eine fliege ok dann bin ich hier unten so ok ich weiß wo ich bin warte mal kurz ich gehe mal wieder zurück aber nur so also es kommt mir sehr bekannt vor aber ich weiß nicht genau wo man hin muss um hier raus zu kommen aus der hülle also da ist eigentlich auch schon ganz gut voll aha hier sind monster überall und ein bisschen kohle ist auch überall sooo zack zack wie viel habe ich schon 50 aha bald kann man noch mehr kohleblöcke craften das wäre auch ganz angenehm dann wieder sup 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 nein so ok 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 ah ja 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 nee doch nicht oder 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 ja hier waren jemanden da waren jemand ah erinnerungen erinnerungen diese erinnerungen jemand erinnerungen hier waren jemanden ja ja erinnere ich mich noch ganz gut dran ja das war noch diamantige zeiten da sind da keine mehr hab schon alle verbraten aufrüstung und so optimistisch los 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 Vielen Dank.